Hup und hopp und hepp und willkommen zurück zu Kart Live und jetzt sagten die ersten schon, die das Let's Play verfolgen, wie, wo, was, warum stehst du jetzt nicht mehr im Schneegebiet und kämpfst gegen irgendwelche bösen, großen Raptoren oder sonst was, wir hatten leider, was war das eigentlich, ich hatte einen Absturz gehabt, ne? Einen kleinen Absturz hattest du. Ich hatte einen kleinen Absturz gehabt, bin dann wieder rein und dann war ich zu Hause. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir den Weg jetzt wieder hinlatschen müssten, man müsste sich echt mal einen besseren Weg hinmachen, direkt so einen Weg durch die Berge hoch, damit man da immer direkt hoch könnte, ne? Der Weg ist relativ simpel und kriegst auch in einem Zug durch sogar. Also ihr habt das ja gemacht, stimmt. Ich musste ja noch meine Klamotten da holen, weil mich doch noch ein Elite-Raptor dann meinte, noch frühstücken zu müssen. Wenn du Lust hast, können wir direkt mal so eine Tour machen, direkt los. Ja, 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 Moment, ich tue mich auch noch ein bisschen wieder mobilisieren, ein bisschen Dreck mitnehmen zum Hochbauen. Ja, das brauchen wir sowieso immer, ja, das kriegen wir aber gar nicht unterwegs auch schon so. Ja, ja, deswegen. Ihr hört, der Co ist wieder mit am Start, wir sind aber im Moment auch ganz alleine, keine Mädels und keine Jungs, außer wir, die Pappenheim. Ganz allein, ganz allein, die alten Leute, die alten Männer. Das habe ich überhört. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen, wie heißt das Zeug, mal Fiber hier, farm für meine Bolzen. Ein paar mehr Holzen sind, ja, upsala. Ja, ich habe eins, zwei, ich warte mal zählen, drei Stacks, Pfeile und einen halben sogar mit dabei. Also du machst ja mit dem Bogen. Genau, ich habe noch sieben Bolzen für dich. Ja, die kannst du mir nachher geben, wenn du sie nicht brauchst. Jo. Ich habe jetzt zum Beispiel, als wir letztes Mal losgegangen sind, hatte ich vier Stacks, ich glaube vier oder fünf Stacks Bolzen. Ja. Ah, die sind jetzt leider weggebolzt. Es verbraucht sich doch relativ schnell alles, ne? Aber es geht auch schnell wieder zu. Das ist auch wahr. Das ist eigentlich das Gute hier im Spiel, weil man craftet ja immer noch alles nur im Menü. Man kann ja, achso, was heißt im Menü, man muss immer dabei bleiben. Ja, ich will aber mal gucken, ob ich mir nicht einen Metallbogen basteln kann. Ja, ich würde mir auch gerne was Besseres craften, aber dazu habe ich noch keine Materialien. Metall, oh, das geht sogar. Zwölf Baren und Faden. Faden kann ich auch schon herstellen. Ich muss draußen gucken. Brauchte ich noch dafür. Faden. Oh. Wo habe ich denn die Leder? Aua. Ah nein, ich brauche noch dafür. Wie fühlt mein Barrierdolch so geil? Boah, ihr kleine... Das ist wirklich das Buttermesser. Kannst du mit Käse schneiden. Das finde ich ja auch schön, wenigstens hast du... Du kannst doch eigentlich einen Schraubenzieher machen. Ja. Oder irgendetwas. Das ist das, ja. Du könntest sonst was. So mein Knochen oder was weiß ich, Keule. Ähm... Kann man echt was anfangen? Ja, finde ich auch. Nee, Eisen habe ich auf der Tour noch ein bisschen gefarmt. Ich habe sogar elf Eisen selber und ich habe noch, glaube ich, sechs oder so rumliegen. Oh, echt? Ich habe kein Eisen? Hä? Ich bin verwirrt. Aber wir müssten, glaube ich, doch auch nochmal wieder runter. Ich muss auch mal. Ich brauche Gold. Das ist momentan so ein bisschen mangelbar bei mir. Gold. Also der Stone hat ja so eine tolle Ecke gehabt. Der ist auch beim letzten Mal nicht mitgekommen. Man hat sich da durchgenagt, gefressen. Also wir können los, wenn du möchtest. Also ich wäre auch bereit. Ich habe gerade erst eben noch den Eisenbogen gecraftet. Natürlich sind die Eisenpfeile um einiges teurer. Ich muss noch die Steinpfeile benutzen. Oder ich kann auf Kupferpfeile gehen. Die machen schon plus drei Schaden. Was ich mich ja jetzt frage, zählt, wenn du jetzt die Eisenarmbrust nimmst und die Steinbolzen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Weil es steht ja immer da, Schaden bei mir zum Beispiel beim Bogen jetzt 142 bis 192. Mit denen, ich gehe jetzt mal davon aus, mit der Eisenmunition. Das ist natürlich, wenn du schlechtere Pfeile nimmst, wird die wahrscheinlich niedriger sein. Aber ich werde es auch mal ausprobieren. Das muss hier hin. Und ich brauche noch, habe ich noch genug für einen Metallschwert. Also Metallschwert habe ich immer so dabei als Ausgleich. Im Moment nehme ich jetzt das Goldschwert. Ja, das Eisenschwert bin ich gerade nämlich am gucken. Aber Eisen habe ich leider nicht mehr da. Ich habe nur noch ein bisschen auf dem Schwert drauf. Ich könnte ein Kupferschwert, wie ist das, mitnehmen. Kupfer habe ich nämlich noch da. Ja, mehr hat es genommen. Wir haben Schnee mitgenommen. Yeah. Du kannst ja den Schnee mal bauen. Ja? Ich glaube schon, das geht. Also du kannst ja kleine Punkte setzen. Aber der kann nicht rund werden. Warum nicht? Du musst bloß gehen. Achso, du meinst ja von klein auf groß und dann wieder von groß auf klein meinst du gehen. Ja, du musst mit den kleinen Punkten anfangen, dann musst du einen kleinen Kreis ziehen, dann darauf wieder einen größeren Kreis bauen und dann wieder kleiner werden. Also es geht schon. Ich habe das, glaube ich, mal versucht auszuprobieren. Und es hat sogar relativ gut funktioniert. Leder. Leder Rähmchen brauche ich. Okay, also ich bin jetzt wirklich komplett bereit jetzt. Ah, warte, ich habe das noch. Ja, komm, benutze ich das mal. So. Hast du den Turm hier eigentlich schon mal gezeigt? Ich zeige dir mal. Doch, den Turm. Von innen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Den Turm, Turm. Voll schön. Ich habe noch ein paar Ressourcen, die ich nicht weiß. Basern und Holz teile sich hier. Das lasse ich da. Das lasse ich da. Ich bin bereit. Okay, perfekt. Dann kannst du hier losgehen. Leder. Du hast mir förmlich die Türe vor der Nase zugeschlagen. Die Nase vor der Türe zugeschlagen. Die Nase vor der Türe zugeschlagen. Richtig. Dann wollen wir mal, ne? Ähm, die Richtung. Richtig. Achso, ich kann das mal ausprobieren. Das ist kein Schaden. Ja doch, er macht. Er macht gut Schaden. Oh, ein bisschen Fleisch. Oh, da ist ein Elitebär. Den haben wir noch mit. Jo. Zappel nicht, du Bär. Ja, er zappelt. Ja, klar. Na, ich kann da dranbleiben. Na, komm, bleib. Auf den Popo. Oh, machst du die? Nö, bist du egal. Habe ich dann irgendwas, was... Oh doch, ich könnte mir... Was kann der Bär dann? Ein bisschen weniger Schaden mache ich dadurch leider. Äh, Goblinseele tauscht. Du hast ganz schön bessere... Äh... Verteidigung, glaube ich, dadurch mit den Bären. Ähm, deswegen, dass man gar nicht so... So indümlich. Ja, genau die Richtung. Hm, 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 hm. Hm. Wer hier? Hm, hm, was du essen? Hm, hm. Na, die Pfeile muss ich mir auch noch aufreben. Ach so, das sind die Eisenpfeile, ne? Nee, 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 das sind jetzt stinknormale Steinpfeile. Deswegen, ich will ja... Ich mach dir nicht so viel Schaden jetzt, wenn noch Eisenpfeile wären. Oh, 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 oh. Einen Eisenbarren pro Pfeil, glaube ich, verballerst du da. Wir kriegen ja so gut wie scheinbar keinen Eisen, ne? Ja. Ja, da muss man, da musst du echt tief buddeln für. Damit du wirklich größere... Und gibt's Dino-Steak? Na, komm her. Ah. Danke. Das Gute ist, dass du die wenigstens aufsammeln kannst. Die kann so gut verballern. So, jetzt... Elite, aber das ist nichts Besonderes. Links. Ja, ja. Nee, 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 so ein Impf, der bringt ja nicht viel. Und wir müssen hier rechts ein bisschen runter und dann wieder hoch. Das ist ein Elite Kobold, den nehmen wir noch mit. Den will ich noch mitnehmen. Hast du den gesehen? Ja. Warte. Oh, ist einer, der sterben möchte. Oh. Wie ist doch die... Äh, jetzt kommt der. Ja, der gibt wenigstens auch noch ein paar Bauteile. Richtig. Was haben wir da? Sind da ein paar Roboter hochgepackt? Ja. Sieht wohl so aus. Oh, die kaspern hier oben drauf rum. Das sind mehrere hier oben. Das scheint mir so zu sein, dass die jetzt hier oben sind. Mhm. Komm, die machen wir kalt, weil wir die Bauteile, genau, die Bauteile, die können wir echt gut gebrauchen. Ruchtvolle Ernehmungslossen, was war das denn für ein Aiming? Hör. Oh, wo kommt der denn her? Ah, da kommt der Kobold noch mit. Komm, komm. Komm, komm. Heute gibt's Technik-Eingeweide. Aber die brauchst du für die ganzen Verzauberungen, ne? Ja, einigen. Alle brauchst du nicht, aber einige. Ah, geht kaputt. Ja. Obwohl man die Zahnräder auch noch, ne, das Einzige, was du für Verzauberungen, glaube ich, dafür brauchst, die Zahnräder zwar auch, ne, die brauchst du für zum Beispiel, ich sag schon, für deinen Bohrer und so, für die ganzen Technik-Kram, für Verzauberung brauchst du die Augen von denen. Ja, diese, diese, oder die Köpfe. Essenzen aus, das ist, ja. Hust halt, hust da. Du bist hungrig. Ja, links, links, wir gehen links. Du bist gut gesättigt. Ja, gleich kommen wir ins Raptor-Gebiet. Achso, du hungerst. Wo wollte die Hunde? Ich hab jetzt in der Tüte M&M's gefunden, das geht doch gar nicht. Die muss vernichtet werden. Ja, die werde ich den ganzen, ja, jetzt in dem, in dem, nein, im nächsten ganz komplett wegmampfen. Da hinten, äh, da ist ein Imp. Ne, ein Imp nur. Ich glaube, an dem ist es mal sogar vorbei. Ja. Ja, da bin ich da, mal gucken. Da hinten ist schon wieder, äh, die Tech-Roboter, die roten Roboter. Ja, die müssen wir eigentlich auch mal ein paar killen, wenn es da, man, die geben ja auch ganz gute Teile ab. Die geben auch hier diese fortschrittlichen Bauteile, glaube ich. Genauso wie der gelbe Roboter unter der Erde. Kurz, ich muss mal hier Sachen mitnehmen. Ich sehe nicht viel, der Momentan. Ich glaube, wir müssen nicht weiter rechts wieder rüber. Wobei der Wald, nämlich den Raptoren, da müssen wir mal eben durchspuchten. Was hier? Ja, nö, nö. Das hat gegrast. Hier ist noch ein Koffer, wie blöd. Die Kristalle sind ja noch da, immer da. Die sollte man auch nur mitnehmen. Wir kommen erst mal die Eidechsen, bevor wir die Raptoren bekommen, oder? Ne, an sich dürften. Hier in dem Wald war der Raptor. Das soll jetzt ein bisschen entweder flitzefix sein. Ja, hier sind eure Türme hier rechts. Also war hier die drei Raptoren. Oh, ne, das sind jetzt wirklich die Eidechsen hier vorne. Ah, cool. Was ist das, aber stinknormale nur. Könnten wir auch legen, das wäre ein Problem. Komm, du Echsen, Mann. Na, komm, wir treffen. Dann geben wir mal gut die... Die rauhe Tierhaut. Die rauhe Tierhaut. Gucken wir mal. Hier oben hat man uns versteckt. Da ist noch ein Echsenmann. Hat er daneben geschossen? Ja, kann auch sein, dass du den Baum getroffen hast. Aber die, 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 die Güte, ich habe das gesagt. Passiert auch gerne mal. Passiert auch, der will dich. Ich meine, du. Wo ist das Fleisch? Dann kommen wir schnell vorbei. Irgendwo war hier der Hochweg, ne? Ja, hier. Zwischen dem Baum. War es der rechte? Ich meine, es war der rechte gewesen. Ich warte mal ganz kurz. Wenn es wirklich der rechte gewesen ist. Ich meine, es war der linke, weil hier ist so ein hessischer Turm. Und ich glaube, den hatte ich mit der Ruffy zusammengebaut. Ja, den bin ich den... Hier geht es einen kompletten Weg komplett hoch. Ja, ja, hier. Da ist das Loch nämlich, wo ich immer dran vorbeigespruchten musste. Okay. Mach mal Licht hin. Oh, es war doch schon wieder Tag. Das ist gut. Hm, finde ich gut. Oder war relativ gut. Und nachts siehst du die Elite ihre... Ich höre es grölen. Ja, aber es war... Ich meine, es war einfach nur eine Eidechse. Oh, ja. Der verfolgt uns. Oh, es ist sogar ein Elite-Dings da. Der ist heftig. Ich glaube, wir sollten uns zurückziehen. Naja, die verfolgen ja einen da vom Abpisschen. Aber die lässt ja gleich locker. Wir sind ja bald auch out of range. Ja, die lässt gleich los. Hier sind noch blaue. Hier sind jede Menge sogar. Das sind echt unzingelt gerade, ne? Ja. Da oben ist auch noch irgendwas. Da ist eine Elite. Da vorne ist eine Elite. Das ist gut, pass auf. Ähm, warte, bevor du schießt. Warte, bevor du schießt. Wir bauen uns am besten hoch. Ich habe aber keine... Keine Materialien dafür. Buddeln. Eben, mal was buddeln. Ja, ich muss mal ganz kurz... Wo ist denn hier der Bohrer? Wo ist denn der Bohrer? Wenn man den mal braucht. Aber ich bin nur mit der Axt viel schneller jetzt. Ja, schade, dass man das Prinzip von Ark nicht anwenden kann. Aber man kann doch über eine Falle aufstellen. Könnte man doch machen. Könnte man doch machen. Warum denn nicht? Ja, dass die in die Löcher fallen, ist aber eher... Die backen da dran rum. Komischerweise. So, wir müssen uns jetzt ein Gürstel machen, bevor wir sonst wegwägt. Wie viel habe ich jetzt da? 99, das reicht. Ja, das dürfte reichen. Und so hoch müssen wir jetzt hier nicht bauen, weil der hat nicht so die Reichweite. Und... Und auch sich nur einer hochbauen, der andere kann einfach angreifen. Mir ist lieber, wenn ich mit da mit oben bin. Einfach safe. Ja, siehste, zack, ist er weg. Ich hab's mir gedacht, exakt. Nein, wenn du... Ah, wenn du im Licht jetzt... Das ist da Tag geworden. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Das ist immer so. Ich hab mich seit letztem auch Hammer geärgert. Gucken wir mal hier oben. Ach so. Schwung. Geschmack ist. Nee, auch nicht. Kannst du links und rechts entlang laufen. Äh, ein bisschen hier rum. Aber ich höre sie wieder, die Raptoren. Wer hat das letzte Mal die Raptoren-Seele bekommen? Du oder der Gnome? Gnome hat sie, äh, genommen. Ich hab, ich hab sie, sag ich mal, Gnome auch überlassen. Also wir hatten nämlich letztes Mal, als ich nämlich den Absturz hatte, sind die nämlich, die zwei nämlich noch in der... Im Schneegebiet geblieben. Genau, ihr wart die letzten. Weil auch, die Ruffy ist auch zurückgeportet worden. Hier vorne ist so ein Turm von euch hier vorne. Ja, genau. Und dann habt ihr dann Elite-Raptor gelegt. Ja. Und er hat erst mal euch gelegt. Und dann habt ihr den gelegt, glaub ich, ne? So war das. Nee, wir hatten ihn gelegt. Aber danach hatten wir den zweiten Elite-Raptor. Den wollte ich mir dann eigentlich einverleiben. Aber der hat sich dann gedacht, äh, den fress ich. Ich hatte mich nicht hoch genug gebaut. Hier, hier kaspern auch viele Raptoren rum. Ich bin mal einfach mal geschauen, ob da eine gute dabei ist. Ähm, das hat die Ruffy voll lange Weile gebaut. Den Schützengaben. Meine Güte, ey. Ich bin jetzt da, wo ihr den Turm gebaut habt. Hm? Auf der Suche nach einer Elite. Hier sieht man den eigentlich ein bisschen besser. Weil hier ist ein bisschen mehr freie Fläche. Ich habe allerdings ein bisschen Eisen gefunden. Mal gucken, ob das da drunter ist. Nö, natürlich nicht. Aber ein Eisenherz. Naja, gut. Aber wir sind auch nicht mehr allzu weit weg vom, äh, Totenkopf-Gebiet. So, nach dem Motto. Machst du das schon wieder. Ich mach euren Turm weg. Gestört in der Landschaft. Ja, ich habe mich ein bisschen gelassen, dass man versteht, dass wir hier gewesen sind. Da hinten ist ein Raptor, linke Seite. Im Wald, aber ich suche eigentlich nur Elite. Mich interessieren irgendwie die ganzen Raptoren alle nicht. Nö, nö, nur Elite. Ich wollte bloß noch vorsichtig. Dahinter ist auch noch was. Leider sieht man tagsüber die nicht so schön scheinen, halt. Na, wo ist das so? Also, essen wir auch mal gar nicht mal so undurch. Ich wünsche es echt dem Spiel, dass es das, was aus dem Spiel wird. Es dauert sowieso was mit der Entwicklung, eben Ewigkeiten. Arg war ja auch anfangs nicht beliebt. Arg hatte mega Startprobleme. Allein schon dadurch, dass die Grafikanforderung einfach so exorbitant war. Und die Grafik war ja auch damals scheiße. Boah, die sah ja scheiße aus. Oh, vor mir ist einer. Über den Hürbel. Ah, hier vorne torkelt gleich einer rum. Dann gehen wir hier rechts runter, hier so. Oh, hier ist ein Elite. Ja, Elite. Wo, 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 wo? Ach da, ich seh ihn, ich seh ihn. Pass auf, wir machen jetzt erstmal hier einen Baum weg. Und, ähm... Du musst uns beeilen, dass es nicht nacht wird. Ach, nee, das ist wirklich... Dann bau dich mal bitte schon mal hoch. Ja, warte. Der kommt nämlich auf uns zu. Der kommt schon auf uns zu. Der hat uns gesehen. Nee, äh... Nee, nee, noch nicht. Wo bist du? Noch nicht. Ich stehe ein bisschen hinter dir beiden. Ah, okay. Der kommt auf uns zu. Das kann gut sein. Ja, der kann sein, dass es hier die Richtung ist. So. Ich muss mal eben gucken. Drei... Ja, du hast den Baum abgehauen. Wo, warum ist denn hier ein Stamm? Da ist er doch. Der Stumm. Irgendwie steht hier der Stumm von dir. Okay. Ach, Mist. Ah, ich hab nicht mehr in der Erde. Boah, der ist so heftig, ey. Mit einem coolen Sound. Mist. Baum fällt. Verdammter Axt. Hat sich viel Glück? Ich muss... Nee, ich muss Schnee. Ich hab keine Erde mehr. Ich muss gerade Schnee wie vor. Also, ansonsten baue ich mich schnell hoch. Ja, der baut dich eben schnell hoch. Dann kriegst du... Dann ist ja... Ja. Ist ja Wurst, wer es bekommt. Ich hab ja... Hab ja letztes Mal das Spinnending bekommen. Oh, da kommt noch ein neuer Rappel. So, das muss man ein bisschen aufpassen. Hopp, 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 hopp. Nein, ich bin runtergefallen. Na, das ist doof. Das passiert. Ich will mal die Steine wiederhaben. Gib die. Aber es ist ja schon noch da. Na, die Sonne ist ja noch nicht mal im Zenit. Also, alles neu. Äh... Oh, du machst, okay? Aber jetzt ist das Problem, wie kriegst du den angeschlossen? Siehst du den rot? Muss gleich mal schauen. Ja, ich sehe ihn noch. Ach, jetzt verschwindet er hinter dem Baum. Deine, Nieser. Exakt. Treffe ich natürlich nicht. Nee, du bist doch zu weit weg, glaube ich. Oder hat der Bogen eine bessere Distanz? Nee, du kannst auch kürzere Distanz schießen. Aber er trockelt immer so dazwischen durch. Ich sehe ihn noch da hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen einen Baum einfach nur schieße. Exakt. Nee, ich muss weg. Er hätte so oben bleiben sollen. Ich hätte noch zu dir rüber dann irgendwie. Ah, warte. Nee, wenn er dich als Target, dann hat er dich als Target. Das ist das. Ja, aber wäre es jetzt oben geblieben, wenn er jetzt zwei Meter weiter vorläuft, dann hättest du den getroffen. Weil der ist, ihr guckt jetzt, ihr seid nämlich hinter dem Baum. Äh, vor dem Baum. Nein, ich bin wieder in den Boden gefallen. Äh, Jagdpech, wenn ich sowas. Wir haben hier aber auch jetzt was dahin gebastelt, schon hier. Bei dem Schnee sieht es leider nicht so gut aus. So. Jetzt müssen wir mal treffen. Jetzt versuch's nochmal. Ja, jetzt hab ich ihn auf jeden Fall schon mal angehittet. Nochmal. Ja, jetzt kommt er sowieso. Jetzt kann er nichts mehr machen. Ja, ja, jetzt muss, jetzt kann's ganz drauf. Ja, aber der ist ja oben bei dir. Ja, ja, hau ihn. Aber mit dem Schwert macht's wahrscheinlich mehr Schaden. Ja, das kann sein. Ja. Ach man, ich hab mich grad verknickt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, ja. Ich zappelte man auch hier da. War 4500... Huh? Ja, ja. Wo ist er? Du hast ja auch was nicht, wenn ich da drunter stehe, wenn du den killst. Dann ziehe ich nämlich das nicht hier. Ah, ich soll da nicht. Rauschen kann man immer noch. Ich hab's auch die erste jetzt erst mal nehmen. Das ist ja kein Dimmer. Ich hab noch letztlich die Spiele bekommen. Also bis hier viel zu rangehen. Das ist ja nicht du an. Dann kannst du gleich mal... Nimm mich gleich mal auf, guckst du dir mal an. Nimmst du die auf? Das ist das gleiche Ding, was ich auch habe. Mit der Spinne nur. Okay. Der hat so einen doppelten goldenen Ring in der Mitte. Ja, das ist eine Goblin-Seele. Das haben wir letztes Mal in der Folge ja nicht gesehen. Lest mal bitte die Stats vor. Die Sätze sind, Gesundheitserhöhung 404 plus, Ausdauer 330, Rüstung gibt es plus 60, Widerstand plus 12 und was das geilste an der ganzen Geschichte ist, Schaden plus 19. Das ist cool. Der Stone hat nämlich in der gleichen Zeit, wo wir leider diesen Absturz hatten, hat er einen Elite-goldenen Roboter gekillt. Und der hat auch, ich glaube, Schaden 500 oder sowas? Ja, ja. Machen wir mal die Türme hier weg. Warte ich dann, ja. Weil, brauchen wir sowieso nicht, weil... Ja, hochkommst du sowieso nicht mehr. War cool. Dann wollen wir mal weiter. Gucken, ob wir noch ein paar Stück davon kriegen. Ich stehe mal vor, wir hätten jetzt... Ich stehe einfach mal vor, wir finden drei von denen. Ja, dann bist du schon mal gut ausgestattet. Nee, aber wenn du drei davon nimmst oder sagen wir mal, du hast zwei davon oder eine Spinne, einen Raptor und einen goldenen Roboter. Boah ey, was hast du denn da für ein Leben? Also wir haben jetzt... Aber du siehst ja auch, die haben... Ich bin jetzt bei 1300. Siehst du, du hast 200 mehr als ich schon. Ja. Hier ist ein normaler Raptor. Aber wenn du überlegst, sag ich mal, dass die Raptoren so bei 3000 Leben umliegen, ist das auch nicht viel. Du musst so... Dann natürlich mit den Verzauberungen halt noch ein bisschen werkeln. Siehst du mich, wo ich bin? Äh, nö, nö. Einfach den Berg runter, da wo der herkommt. Wo der Roboter... Ach so, da wo der herkommt. Da ist einer... Ist da nicht noch ein Leuchter? Oder ist der... Nee, der ist normal, ne? Der ist normal, ne? Die gibt dir übrigens immer ein Merk. Die zeigen dir ja, aber wenn sie dich riechen, dann schnüffeln die. Haben sie ganz gut gemacht. Äh... Ist da unten einer? Ein normaler. Ist das ein normaler? Der unten... Der, der, der untere? Mhm. Ja? Ich guck mal... Oh! Hier geht's... Oh! Kupfer! Das nehme ich noch mit. Ach, siehst du. Na... Oh, ich wollte nur ein bisschen Kupfer nehmen. Jetzt habe ich hier... Hier so eine Ader, die nie aufhört. Schöne Aussicht. Oh, ich komme hier nicht mehr zu Ende hier. So, M. Ja, wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt hier runterfallen, dann... Äh... Naja, relativ. Rechts rummehr der Rückweg. Punkt. Ja, das ist der Berg. Da ist der letzte Berg. Wo bist du? Ich glaub... Ich glaub, da müssen wir... Ich bin ein bisschen ein Stückchen weiter runter gegangen. Mach dir? Ich komm wieder hoch. Mach dir? Okay. Ich seh dich. Alter. Ja. Ja, und ich hab hier... Der Berg vor uns. Wenn ich darauf ausrichte und dann mal M drückst, siehst du genau, das ist der letzte... Das ist der... Da muss das wohl... Der Drachen muss wohl da sein. Geh ich mal davon aus, weil das der nördlichste Berg ist. Also ich guck jetzt natürlich selber keine YouTube-Videos von irgendwelchen anderen YouTubern. Da ist leider die Zeit nicht dafür da. Ähm... Aber ich hab Bilder von dem Drachen gesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Bilder vom Entwickler sind. Ja, wir machen irgendwann mal in 250 Jahren einen Drachen rein. Oder... Es sind Bilder von irgendwelchen Leuten. Ähm... Der eine ist da relativ nah schon wieder. Ja, der schnüffelt auch schon hier rüber. Schnüffelstück. Hier unten wird es aber wieder gemütlicher, ne? Mhm. Ja, das ist ja auch unser Rückweg, wenn man sowas sehen will. Das hier? Nee, oder? Was ist da unten? Ja, aber ich glaub schon, dass da blaue Goblins rumkaspern nachts. Das ist so... Das ist auch okay. Weil wenn du einen roten von dem findest, äh... Die haben ja auch voll geile... Stats. Ja, die sind auch gut. Da ist noch ein Raptor da gegenüber, ja. Aber es wird jetzt dunkel. Wir können mal einen Berg runter. Mhm. Und dann auf den anderen Berg hoch. Oder... Ja, ich zweifle an, dass wir da so leicht am Ruin kommen. Wir versuchen es einfach mal. Wir können ja einfach nur sterben. Guck mal her, ich mach mal eine Abmoderation für jetzt. Versuch, mach klug. Zurück? In eine andere Richtung. hier bin ich ich weiß gar nicht mal ich guck mal wenn ich den helm abnehmen kann ich mal auf die andere seite von der fackel da bin ich so nah du bist das pappe ja ja sonst brenn ich wieder ich freue und flamme okay leute das war's aber ich bin immer ich muss ehrlich sagen ich bin von dem spiel total gehypt ich mag das so ein relaxtes schönes spiel und wenn es euch dann auch gefallen hat einfach ein däumchen hoch und schreibt doch mal was in die kommentare was ihr von dem spiel haltet oder was ihr sonst für games spielt oder ob ihr noch nicht so sicher seid ob das kaufen möchtet oder 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 vielleicht habt ihr irgendwelche infos zum drachen die wir nicht haben oder zu anderen tieren bis denn genau in der nächsten folge sind wir genau hier wieder also tschüss